Das ist die Sur-Tampura. Die Tampura ist in diesem Fall auf G, C, C, C gestimmt. Und die Stimmung hier oben, das ist der Raga Bayragi. Die Stimmung schicke ich gerne auf Wunsch zu. Ich spiele mal die Tampura und versuche dabei die Melodiesaiten, die man intuitiv frei finden kann, spielen kann, mitzunutzen. Die Stimmung schicke ich gerne auf Wunsch zu. Die Stimmung schicke ich gerne auf Wunsch zu. Ein kleines Solospiel. Die Stimmung schicke ich gerne auf Wunsch zu. Die Stimmung schicke ich gerne auf Wunsch zu. Untertitelung des ZDF, 2020